Hehehehe Oh! Hinter dir oder? Ne 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 ich hab geschossen Du hast dich von deinem eigenen Schuss erschreckt? Ja ich hab mich auch gerade gefragt Ok Salva Warte Auf was schießt du denn Salvatore? Auf die Blackfoot aber ich krieg keine gute Pose Wo ich mein Zweibein aus... Ich versuch's Schieß auf den Heckrotter Schieß auf den Heckrotter man das ist gar nicht Ne 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 das merken die Flüge Das merken die zu früh Was schießt du dann? Auf den Piloten weil ich die Scheibe habe gefreut Ist der Heckrotter disabled? Oder um 3D zu kommen Schnell doch nicht Jetzt Ja ich hab ich ihn Mit was schießt du Salvatore? Warte kurz Sag mir ja nicht den Hub ne? Der spottet auf jeden Fall gerade zu dir Er chillt da drinnen und hat null Damage oder so Das kann nicht sein ich schrefe die ganze Zeit seinen Kopf Ich glaube ich brech ab Ok ich schieß auf den Rotor Vielleicht die APD ist alter Ich baller da rein Ok ich bin weg Der spottet mich Wir machen nicht